Jo liebe Freunde, ich bin wieder da, zwar noch etwas müde, aber ich bin eben gerade hier in der Nacht wieder zu Hause angekommen. Ich war ja 5 Tage lang im Urlaub, mein erster Urlaub seit über 3 Jahren. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück, um natürlich am Start euch hier den neuen Fortnite-Shop vorzustellen, wo wir ziemlich krasse neue Items drin haben. Ihr seht schon auf der linken Seite heute einen neuen Skin und dann auch dieses ziemlich heftige neue Paket hier für 1000 V-Bucks. Werde ich euch jetzt alles nacheinander zeigen. Außerdem, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, heute starte ich ja das große Fortnite-Valentinstagsevent. Und da kann man auch einen Skin kostenlos bekommen, und zwar so einen Waffenskin. Den bekommt man kostenlos, indem man einfach einen Creator einträgt. Ist völlig egal welchen, also ihr geht einfach in den Shop und tragt euren Lieblings-Creator hier ein. Und alle Leute, die das machen, die quasi einen Creator jetzt vom 8. bis zum 23. Februar eintragen, innerhalb von diesem Event-Zeitraum, alle Leute, die da einen Creator eintragen, die bekommen dann diesen Valentinstags-Waffenskin freigeschaltet. Also tragt unbedingt euren Lieblings-Creator hier ein. Wenn ihr mich natürlich supporten wollt, könnt ihr gerne dort Snoxy eintragen, wäre mir natürlich eine Ehre. Ähm, genau. Also geht einfach in den Shop, tragt unbedingt einen Creator ein, supportet jemanden. Und ja, wenn ihr mich supporten wollt, tragt gerne das Snoxy dort ein. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt. Wäre auf jeden Fall mega lieb von euch. Danke auch auf jeden Fall für euren Support an der Stelle. Und ja, dann fangen wir jetzt direkt an mit dem heutigen Fortnite-Shop. Direkt mal natürlich mit dem neuen Skin hier. Das ist der neue Skin, der Schneeschlag mit diesem ziemlich coolen Backpack, wie ich finde. Das ist dieses neue Schwert hier. Ich habe schon das normale Schwert gefeiert von dem Wolf, war das, oder? Und genau, der ist jetzt quasi so ein Schwert in blau. Passt ganz gut zu den ganzen Frost-Skins. Also ja, den werde ich mir auf jeden Fall direkt mal holen. Dazu haben wir dann noch die umgekehrte Klinge. Die war ja schon mal im Shop für 500 V-Bucks. Und dann noch den Gleiter, der Schneeschnitt für 800 V-Bucks. Mir gefällt dieser Effekt. Ich finde da diese Partikel-Effekte beim Fliegen immer ziemlich nice. Und da kommen wir schon, ich weiß, das wollen die meisten Leute jetzt sehen, das neue Paket. Und zwar das Frost-Ausrüstungspaket. Das ist ja quasi das Paket passend zu den Frost-Legenden, das auch heute wieder im Shop ist übrigens. Das habe ich vorhin einen Tweet gesehen von Fortnite. Dass das auch wieder da ist. So alle Leute, die das noch nicht haben, das kann man jetzt wieder kaufen wohl. Ich habe zumindest einen Tweet von Fortnite gesehen, dass sie gesagt haben, Oh ja, es ist wieder verkaufbar. Leider kann man es ja nicht sehen, ob es drin ist, wenn man es schon gekauft hat. Ja, also nur mal kurz an der Stelle die Info. Das ist auf jeden Fall das neue Paket. Es sind 58% Rabatt, also ziemlich preiswert. Wenn man überlegt, das sind alles 800 V-Bucks Gegenstände für einen Preis von 1000 V-Bucks. Ist okay. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es ein bisschen schade finde. Die Sachen hätten sie eigentlich auch dazugeben können zu dem Frost-Legenden-Paket. Es sind halt Rework-Skins alles. Ja, sie sehen schon cool aus, keine Frage. Ich meine, ich mag die Skins auch so an sich. Auch der Gleiter hier. Die Haken sehen schon ziemlich cool aus. Natürlich alles in diesem Frost-Seil. Ich spiele auch die Sounds-Map. Ja, ist auf jeden Fall schon ziemlich cool gemacht. Auch diese ganzen Effekte hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass man die jetzt extra kaufen muss. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube nicht, dass es für Hervorneid schlimm gewesen wäre, wenn sie die dazugegeben hätten. Ich finde jetzt die Lösung, das auf jeden Fall mit Rabatt in den Shop zu packen, noch okay. Also 58% Rabatt je 1000 für die drei Gegenstände ist da noch in Ordnung. Deswegen werde ich mir das Paket jetzt auch direkt holen. Also ich glaube, das kann man sich schon gönnen, wenn man halt die Sachen feiert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und genau, das waren halt die drei. Guck mal, jetzt sind die Gegenstände andersrum. Oder eben war der Gleiter ja auf der linken Seite. Egal. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Ja, auf jeden Fall, das ist das neue Paket hier. Das Frost-Ausrüstungspaket für dann 1000 V-Bucks. Und dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. By the way, wenn ihr hier die Serie feiert, könnt ihr mir gerne jetzt schon meinen Daumen nach oben da lassen. Wäre sehr cool. Vielen Dank an der Stelle. Dann haben wir die Highland Kriegerin drin für 1500 V-Bucks. Ja, ich weiß nicht. Ich finde den Backpack ziemlich cool. Der Skin an sich spiele ich jetzt nicht so besonders häufig. Dann haben wir noch die Fuß-Vinesse. Genau, für 500 V-Bucks dann noch den aufgeweckt. Und dann noch den blutroten Speer für 800 V-Bucks. Ja, sind alles okay Items. Würde ich aber jetzt nichts unbedingt davon empfehlen. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt. Und auch diesen Waffenskin komplett kostenlos bekommen wollt. Könnt ihr gerne meinen Creator-Code eintragen. Einfach nur Snogsy eintragen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr ehrenhaft von euch. Und ansonsten tragt gerne eure Lieblings-Creator ein. Einfach nur ins Feld eintragen. Dann bekommt ihr diesen Waffenskin. Ihr habt bis zum 23. Februar Zeit. Also keine Sorge, falls ihr jetzt die nächsten Tage nicht da seid. Das kann man halt jetzt noch die nächsten Wochen machen. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und ja, die nächsten Tage geht's jetzt hier auch krass weiter. Ich hab mega Bock auf Videos. Ich hab mega Bock auf Streams. Also macht euch auf was gefasst. Und ja, dann habt einen schönen Tag. Wir hören uns dann wahrscheinlich nachher zum nächsten Stream. Und bis dann, macht's gut und rein. Tschüss! 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 Tschüss!